Aui Leute, willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Im letzten Part habe ich eigentlich alles noch schlimmer gemacht als vorher, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, was ich in diesem Part gemacht habe. Aber, äh, ich habe das Spiel jetzt an und ich versuche es jetzt zu bessern. Gut, hier ist ein extrem krasses Problem mit ganz vielen Kreuzungen, warum auch immer. Okay, ich hätte gesagt, ich soll irgendeine große Straße nehmen und irgendwas ersetzen. Aber ich habe keine Ahnung, was er meinte. Und ich soll was in ganz vielen Ausfahrt machen, das hat mir auch nicht weitergeholfen. Von daher denke ich einfach mal, mache ich einfach was anderes. Gut, also wir wollen das hier lösen, das Problem. Was machen wir hier? Na, das ist schon ein bisschen scheiße einfach. Was wollen die machen? Na? Den Stellen, den wir auch weg. So, dann nehmen wir einfach jetzt den Kreisverkehr. Ich muss gerade mal überlegen, was ich hier genau machen will. Das geht sogar. Oh, ich dachte, ich müsste wieder 30.000 Stunden warten, bis ich das heranbauen kann. Gut, dann nehmen wir das hier weg. Nehmen wir das Upgrade-Teil. Nein, oh Gott, Freddy, what the fuck. Und nehmen das Upgrade-Teil und bauen den Scheiß hier hin. Und dann machen wir jetzt Play. Und sehen, wie sich alle Probleme in Luft auflösen. Und dich können wir eigentlich auch wegnehmen. Äh, hier. Und jetzt? Hat das nichts gelöst. Gut. Ähm, Autobahn zu bauen ist scheiße, weil ihr so... Vielleicht da zwei Strecken bauen müsst, glaube ich. Gut. Was können wir denn... Wo können wir denn mal hier was machen? Äh. Also, ich glaube, das hier ist der größte Quatsch, den ich je gebaut habe. Ich glaube, das sollte ich am besten wieder abreißen. Weil das ist einfach nur... Scheiße. Also, der Part, wo ich das baue, kommt am Freitag. Und ich nehme das hier jetzt, ähm... Äh... Äh... Rück... Vielleicht... Wieder auf. Gut. Und jetzt bauen wir dann einfach... Wie mache ich das? Äh... Wie mache ich das? Warte mal. Ausfahrten. Halt deine Fresse, ey. Was ist denn los mit dir? Ich habe hier... Ich habe hier noch eine Feuerwehr... Ich habe hier keine Feuerwehr stehen. Ach so. Nee, das ist Krankenhaus. Ich habe hier... Ich habe hier zwei Feuerwehren stehen. Wie kann das abbrennen? Ich sollte vielleicht nicht direkt das Mikrofon ausatmen. Ich glaube, das ist ein bisschen unangenehm für mich. Gut. Ach, du hast kein... Du hast kein Wasser. Und wieso mache ich hier überhaupt noch Plus? Ähm... Was wollte ich machen? Also am besten wäre es, wenn ich einfach alles wieder abreiße... Und einfach eine neue Stadt hier hinbaue... Die ich nicht so komplett beschissen mache wie diese hier. Hm. Aber wäre es denn am besten? Also am besten wäre, wenn ich irgendwie... Diesen Scheiß hier komplett ersetze. Also eigentlich... Wenn ich hier so... Diesen Kreislauf komplett mit Autobahn baue, wäre super. Können die sich nicht selber bauen? Gut. Äh, das heißt, wir müssen dann von hier... Am besten irgendwas rüberziehen. Ja, so vielleicht. Ja, wir haben ja das Geld, ne? Ob wir nicht, fangen wir einfach eine neue Stadt an. Warte mal. Warum auch immer du... Ach ja, du bist ja hier wegen... Wegen, wegen, wegen der U-Bahn-Station. Na, baut doch... Wollen die... Die kann man so beschissen bauen nur. Warte, ja, so geht das. So. Dann wollen wir hier unter der Brücke durch. Nein. Wollen wir nicht. Wir wollen nicht unter der Brücke durch. Vielleicht können wir hier so unter der Brücke durchbauen. Nein, nein, nein. Aber wieso? Warte, warte, gerade hatte ich so, oder? Ging's nicht? Nein, ich kann das hier reinsetzen. Ah, doch, das geht. Warte. Perfekt. So. Ähm. Jetzt wollen wir hier rüber. Da lang. Wir müssen ja dran denken, dass wir hier immer noch, äh, in eine zweite Strecke lang... Halt deine Fresse. Eine zweite Strecke lang bauen müssten. Gibt es diese Fußwege eigentlich auch die Kirsche gebaut hat, oder was? Irgend so ein scheiß Mord, den er hat. Weil die waren voll cool. Halt deine Fresse, hol nicht rum. Obwohl, eigentlich... Eigentlich ist es dumm, wenn ich es hier lang ziehe. Ich reiß einfach mal diesen ganzen Scheiß erstmal ab. Ja, ich hab keine Ahnung, was du bist. Geh einfach weg. Wahrscheinlich wie so ein Taxi-Scheiß oder so. Was denke ich mir dabei überhaupt? So, ne, Autobahnen auffahrten brauchen wir nicht. Wir brauchen ausfahrten, Mensch. Dann bauen wir dich hier so lang. Dich bauen wir irgendwie hier so relativ eng dran. Äh, durchreißen wir uns einfach komplett. Also eigentlich können wir diesen ganzen Kreislauf hier erstmal abreißen. Mh, du wirst auch praktisch nicht benutzt. Das wird stark benutzt, warum auch immer. Soll ich vielleicht einfach nur hier irgendwie so einen Scheiß ran bauen? Ich mach das einfach mal. Ähm, so. So. Warte, irgendwie. Achso, hier sind noch Gleise. So, perfekt. Jetzt könnt ihr auch noch langfahren, wenn die wollen. Das macht jetzt wahrscheinlich alles kaputt, aber das ist mir im Endeffekt egal. So. Dann bauen wir das hier. Oh, heul nicht rum, Alter. Was ist denn los? Warte, eben grad ging's, ne? So. Ähm, das ist eine Autobahn, die hier rauf führt, oder? Ich glaube, oder? Ja, machen wir das einfach so. Und jetzt brauchen wir noch einer, die aus dem rum geht. Das heißt, wir fangen am besten jetzt direkt hier an. Äh. Und versuchen das irgendwie rüber zu ziehen, sodass sich die, diese Pfeiler so setzen, dass das nicht funktioniert. Danke. Geht doch. Was ist denn so schwer, Spiel? Das wird ganz schön teuer, merke ich gerade. Ähm. So. Ich weiß nicht, ob die Musik gerade nur für mich so laut ist. Ich drehe sie einfach meinen Ohren runter, wenn es für euch so laut ist. Pff. Gibt auch nix für. Warte mal, ich hätte das Taxonee einfach wegmachen können, fällt mir gerade auf. Also einfach umsetzen können, anstatt es direkt zu löschen. Aber nein, Freddy löscht gerne Sachen. So. Dann brauchen wir das hier so. Äh. Das ging noch. Sehr gut. Warte mal. So. Hier lang. Warte. Irgendwie. Ja, so. Perfekt. Hier brauchen wir es einfach hier durch. Scheiß drauf. Ähm. So. Perfekt. Äh. Dann brauchen wir das hier so lang. Warte, jetzt bauen wir es hier wieder auf den Boden. Bauen hier irgendwie unter durch. Bauen das dann so. Perfekt, Freddy. Äh. Man könnte meinen, dass du ein Gott bist. Ähm. Was? Wie soll ich denn das jetzt da nur irgendwie ran quetschen? Ähm. Ähm. Warte, wenn wir das hier irgendwie noch ein bisschen. Irgendwie hier. Irgendwie. Vielleicht noch ein bisschen höher. Äh. Warte. So. So sieht es gut aus. Jetzt geben wir einen runter. Bauen wir noch so einen hier. Warte. Nein, nein. Ja, so. Zack. Perfekt. So. Jetzt haben wir ja schon mal den ganzen Kreislauf zerstört. Aber ist uns ja egal, ne? Ist ja nicht meine Stadt. Also ist das eigentlich schon meine Stadt. Aber das verraten wir am besten keinen. Okay. So. Dann nehmen wir wieder unsere super... Wie viele Spuren hast du? Bestimmt ein paar. Warte. So kann ich das... Nein, das geht nicht mehr. Gut. Wieder was gelernt. Nein, nein. Was machst du? Ich möchte dich einfach nur... Keine... Keine Straßenverbindung. Denke. Das wusste ich aber schon vorher. Dann bauen wir das hier so krass in einer engen Kurve, was gut ist für die Verdauung bestimmt. Und äh... Machen wir jetzt mit diesen Kleinteilen. Und das ist ja nur eine Auffahrt, ne? Verbinden sie die Autobahn untereinander und mit Stadtstraßen über Autobahnauffahrten. Ist das nur eine Auffahrt oder eine Abfahrt? Äh... Ich glaube, das löst das mein Problem einfach gar nicht. Weil... Ich meine, hier hinten ist ja immer noch alles voll. Das heißt, ich müsste hier auch noch eine scheiß Autobahn durchziehen und... Ich meine, die ist hier schon scheiße gelungen. Okay, gut. Ähm... Ja, hier haben wir ja genug Ausfahrten. Das geht ja schon, ne? Mit 20 Kreiseln. So, dann würde ich sagen, dass wir hier irgendwie noch was ranbauen. Irgendwie... Warte mal. Ich würde selbst gerne wissen, wie ich das mache. Ähm... Äh... So, vielleicht. Und dann irgendwie hier so ran. Oh, das sieht doch gut aus. Und dann bauen wir von hier... ... eine hoch, die irgendwie hier so rauf geht. Na, das klappt schon. Das ist gut. Muss ja auch Spaß machen, ne? Und du bist der, der hier runter will. Und... Du willst dann... ... hier rauf. Oder? So, perfekt. Gut. Äh... Wir können das ja eigentlich noch hier so machen. Das wäre easy. Und dann einmal noch von... ... hier irgendwie da rauf. Wie mache ich das am besten? Na, dann wäre das... Nein, das funktioniert, glaube ich, nicht so Freddy. Kann hier aber, dass hier so immer noch entsteht hier eine Scheiße dann. Fällt es so stark... Ortbereitsbedingungen? Hau dir nicht rum, ey. Was ist denn los mit dir? Entsteht hier eine Kreuzung? Nein, nice. Gut, dann können wir es einfach überall machen. Nice, Freddy. Gut, und dann... ... wo wollen wir es noch haben? Äh... Am besten von hier irgendwie noch rauf. Das klappt nicht. Gut, dann machen wir das hier lang. Äh... Was ist denn mit euch los? Ist ihr komplett zurückgeblieben jetzt? Gut, äh... Dann wollen wir noch hier. Warte mal. Die fahren in die andere Richtung, ne? Macht das eine Kreuzung? Warte, ich hat es gerade. Ich hat es gerade. Ich hatte es gerade. Vielleicht hier? Warum Ortbereitsbedingungen? Was ist denn los mit dir? Ist das denn so schwer, dass ich einfach so einen Scheiß ranbauen will? Ich finde es so stark. Ortbereitsbedingungen? Oder? Ach, eigentlich kann ich diese Scheiße auch wegnehmen. Können die woanders langfahren. Ist nicht mein Problem, ne? Gut, das habe ich jetzt nur noch schlimmer gemacht hier unten. Glaube ich. Vor allem, meine Frachtzüge ist auch klar. Oh Gott, was habe ich denn... Was mache ich hier denn? Ihr habt keinen Strom, sagt ihr. Ja, gut, dann brauche ich euch mal wieder Strom hierhin, würde ich sagen. Was bist du eigentlich? Was ist ein Ölkraftwerk? Warte, so. Na, vielleicht noch irgendwie so. Bist du jetzt hier drin? Ja, du baust jetzt hier irgendwie... Na, das geht nicht. Gut. Weignorieren wir den Scheiß einfach. Dann kommst du jetzt weg. Das hat, glaube ich, 200.000 gekostet. Und ich habe es, glaube ich, nur noch viel schlimmer als vorher, oder? Warte mal. Vielleicht einfach hier lang? Überverlassung, ich wollte ja, dann heule ich rum und gehe nicht ins Industriebe-Window. Das ist unbedingt so, wenn du unbedingt willst. Äh. Gut. Wie wäre es, wenn ihr aufhört, das zu machen und einfach woanders langfahrt? Das wäre geil. Also muss ich das hier auch noch anbinden, oder was? Oh Gott, wie bräuchte ich denn hier so eine Scheiß-Autobahn-Kreuzung rein? Aber hier werden ja keine Mühen und Taten gescheut. Hier wird ja gearbeitet. Genau, Freddy. Das wird dir auch irgendjemand hier glauben. Heul nicht rum, meine Fresse, ey. Alles so empfindlich. Und dann bauen wir diesen Scheiß ja noch weg. Gut, wir wollen jetzt... Wollen wir das hier mit verbinden? Können wir das hier so lang... Ja, dann machen wir das einfach so. Äh, du bist ja der, der von oben kommt, oder? Ich glaube. Wenn nicht, ist das nicht mein Problem. Wollen wir das hier für eine Brücke bauen? Bist du komplett zurückgeblieben? Ich sollte öffnen, das zu sagen, das ist bestimmt ziemlich verletzend für viele Leute. Genau so sieht es aus, Freddy. Gut, dann lassen wir das hier so. Können wir dich... Ich glaube, dich können wir nicht verschieben, oder? Gott, meine Fresse. Was ist denn los mit euch? Ja, dann bauen wir das hier so. Muss ja nicht gut werden. Muss ja nur werden, nicht? Warte mal. Habe ich überhaupt richtig, wenn ich das so baue? Ach, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich schon. Da können wir es nicht lang ziehen. Oh Gott, das wird scheiße mit der zweiten Spur hier noch lang. Nein. Na, vielleicht ein Stück? Ich habe es euch nur ganz kurz verhindert, das was ich sowieso machen muss. Warte, so. Nein, was machst du? Warum? Warum brauche ich auf so einen Scheiß hier rein? Warum ist das denn alles so schief? Nein, du sollst Pause machen. Meine Fresse, ey. Was ist denn los jetzt? Was bist du denn? Bist du Vollgaschatz, oder was? Gott. Verpisst euch hier. Könnt ihr nicht mehr verpissen? Was ist denn los? Nein, woher ich den Scheiß hin war hier? Nein, du bist Perlenresidenz. Die kann auf jeden Fall weg. Die ist für ein Arsch. Warte, ich wollte doch 1, irgendwas Milliarden anspannen, damit ich so ein super Haus kaufen kann, was ich sowieso nicht mache. Oder was ich sowieso nicht brauche, vor allem. Oh, meine Fresse. Weißt du, ich will einfach nur so einen Millimeter das nach rechts ziehen, aber nein. Entweder so oder so. Nein, ich möchte nur so einen ganz kleinen Millimeter nach rechts. Ich kann nicht, wenn ich das so ein bisschen mache. Oh, nein, nein. Wenn ich das... Oh, meine Fresse. Dann muss ich echt diese Scheißkurve wieder weg machen, nur weil ich Behindertendreckscheiße hier nicht so bauen lässt, wie ich will. Ach, nein. Die Zustrecke ist fast genauso schlimm, ey. Okay, nein, nein, nein. Gerade bitte danke. Wirklich? Gut, das bauen wir dann einfach... Nein, nicht. Okay, wie kriegen wir... Warte mal, du bist das, was... Warte mal. Wollen wir hier so einen zweiten Kreislauf dann reinmachen, dass es dann einfach nach hier geht? Ja, machen wir einfach. Warte mal. Irgendwie geht das nicht, wie ich es mir vorstelle. Dann bauen wir den Scheiß einfach weg und gucken erst mal, was wir hier überhaupt machen können. Meine, wieso kann ich das denn hier nicht einfach durchziehen? Wahrscheinlich, was nicht funktioniert. Und ich lasse irgendwie hier so... Warte mal. Können wir es einfach vielleicht ein bisschen höher ziehen und das dann darüber bauen einfach? Was sagt denn das Spiel dazu? Das Spiel sagt... Jo, machen wir. Nice. So. Dann reißen wir dich ab und bauen dich einfach hier unten mit ran. Zack. Und jetzt bauen wir hier von hier... Auch auf Stufe 2 irgendwie was hoch, wenn wir es irgendwie hinbekommen. Nein? Noch ein? Ja, so müsste das eigentlich gehen. Warte, ein bisschen... Ja, perfekt. Dich bauen wir dann auch hier hin. Dich bauen wir dann irgendwie... Warte, 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 warte. So, perfekt. Und dann hier irgendwie auf dem Boden. Dann reißen wir hier noch die Hälfte der ganzen Gebäude ab. Oder nur eins. Das geht auch. Ich dachte, das geht vielleicht nicht. Äh... Dann bauen wir dich hier wieder so relativ hoch. Ich weiß nicht, ob ich 2 oder 1 hoch musste. Dann bauen wir dich hier so hin und dich hier so hin. Was bist du überhaupt? Achso, du bist in der Straße einfach nur. Gut. Gut zu wissen. Und dich bauen wir jetzt an... Äh... Warte mal, das muss doch sowieso in die andere Richtung. Weil das muss irgendwie noch hier so. Warte mal, was passiert, wenn ich das so... Hier, warte. Nein, nein, nein. Ach, da, da, da. Nehmen wir das. Und dich bauen wir jetzt irgendwie hier bitte einfach ran. Nein. Hier bin ich überhaupt auf der? Nein. Warte mal, wenn ich das... Nein, nein. Warte mal, warte mal, kann ich das hier was hinbauen. Nein. Meine Fress, was machst du da? Warte. Ah. Ah. Nice. Und hier jetzt einfach... Nice. Perfekt, Freddy. Was auch immer du da gerade baust. Gut, dann bauen wir hier jetzt eine Straße rauf. Und... Warte mal, ist eine Autobahn, ne? Und jetzt hier irgendwie... Warte, ich krieg's gleich hin. Irgendwie, irgendwie hier sowas... Nein. Ich habe in diesem ganzen Part nichts geschafft. Wirklich nichts. Was bist du überhaupt? Das... Was bräuchte ich überhaupt? Wahrscheinlich schon. Du bist wahrscheinlich an der wichtigsten Straße in meinem ganzen Betrieb. Aber, das ist mir egal. Warte mal. Was ist da falsch rum? Bin ich dumm? Ach, Freddy. Machen wir jetzt wenigstens noch fertig hier. Warte mal. Wir müssen die jetzt irgendwie hier so rüberziehen. So. Und dann jetzt hier unten lang. Pam. Perfekt. Gut. Von hier können wir dann auch noch einer hier raufbauen. Am besten hier irgendwie so lang. Zack. Ähm. Von dir hier rund. Warum gehst du nicht? Ja, dann machen wir so. Von dir hier hin. Und am besten auch noch irgendwie hier rüber. Das wäre, glaube ich, gut. Oder? Krieg ich das irgendwie hin? Nein. Gut. Lassen wir erst mal so laufen und gucken jetzt noch, was das macht. Wahrscheinlich ist das komplett scheiße. Aber naja. Das sehen wir im nächsten Mal. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.